ein Kumpel hat mir erzählt dass er einige Banditen vertrieben hat die Bomben in die Rohre legen wollten ja das habe ich auch gehört und willkommen zu Rage mit dem Muckers und mir dem Waffen er hat was das Erzeugung sind dann genau wir sind jetzt in den Wastelands im Büro des Scherels und wollen menschentöten verdient beinahe Zeit und was Zeit und Motor es geht für Triebemission Selbstschutzanlage wie geil ich glaube wir müssen da hin und hier hä aber da kann ich das nicht aktivieren Ah jetzt warte Ah jetzt könnte ich auch machen nochmal vier Minuten Zeit Boah der Helder war es aus hier ab so Die Fruillian-Fragezeichen geht das? Boah, weil so ein Fetter kommt, Alter. Ich muss auch die... 100% Alter. Junge. Ich habe auch 100% geschafft. Boah, dein Ehrenz, Alter. Was? Ich habe den hier geklaut, aber... Die ganze Zeit, du hast ja gespielt, Mann. Du darfst das Teil, okay. Ah, ich werde eingehittet. Geht noch nicht, Robby. Okay, ich darf schon wieder nicht aktivieren, Alter. Was ist denn, wie ein Scheiß? Mein Freund, du bist alt. Wir haben das letzte Mal gemacht. Das machst du. Oder nicht? Ah. Teamarbeit, oder was? Wo ist denn hier das Rad? Das macht das Dings auf, wo die Bombe drin ist. Komm. So. Ja. Und? Pas gut. Was? Wunderteil Ist die irgendwo drinnen? Ah, okay, ich glaube, ja, ich habe es Ja Irgendwie außenrum Das Ding habe ich gerade zugemacht Hast du? Jo, habe ich Ja Da war gerade so ein RC-Auto von Define, ey Ich dachte, so etwas lechelt mich da denn jetzt an Ein Feind ist das oder unser? Das ist unser Das ist der die ganze Zeit drauf Oh Das Ding, ich lasse weg, ne? Wie jetzt? Warum will ich spawnen zu neu? Hast du das defibrillator gehabt? Ja Du solltest auch weglaufen Alright Oh, das sind drei Gegner und der Fette kommt jetzt raus Werden wir noch 2 Minuten und 20? Das sind ja immer Das werden ja immer mehr Ja, ne Du musst es schaffen Schaffst du es? Lauf einfach an dir vorbei Versuch's Weil hier oben ist frei Hier oben ist frei Komm schon Lauf vorbei Lauf vorbei Was warst du denn da? Die Zeit tickt Lauf doch einfach vorbei Du kriegst mich nicht Du kriegst mich nicht Da ist es Jawohl So Hier ist ein Schaffschützengewehr Hier ist ein Schaffschützengewehr Meins Oh, wieder so ein fetter Pass auf Den fetten habe ich Oh, ich bin schon wieder tot Ja, ich bin schon wieder tot Hörst du mir? Ja, guck mich nicht so blöd an Und komm her Lol, du hast dich schon wiederbelebt Man hat nichts zu sehen Der Schaffschützengewehr ist doch sehr bei mir Ja, ist der Oh, Alter Oh, Alter Boah, wie der sonst halt auf hat Nein, nicht noch mal Hilfe, Hilfe, Hilfe Was ist der schaffst? Ich habe einen Wir müssen anrufen Wir müssen anrufen Das ist der Schaffschützengewehr Das mit größten In der Schaffschützengewehr das die Welt und wir können dadurch okay die Bastarde und das war denn die Wasserhöhle aber er hat alle Banditen und was war das Wasser irgendwas? Wie sieht sie mit so? Wasserversorgung Wasserversorgung. Okay, ich hab kein Wasser gesehen, aber let's go! Drei fliegen, ein Bombenauto. Hm, nice. Naja, adios, wir sind weg und ciao!